guten morgen auch schon wach so ihr seht ich bin auch mal wieder da was den shop betrifft aber ich sag jetzt schon könnte auch eine ausnahme sein also ob ich das jetzt wieder immer machen mit dem shop werden wir einfach mal zusammen sehen wie ihr seht predators gibt gestern auch ganz entspannt in spielt natürlich er spielt natürlich mit der community zusammen gut gedacht noch mal an jeden raus der dabei mitgeholfen hat aber ich würde sagen wir gehen noch direkt mal rein in den shop ich werde noch nicht in die länge ziehen keine panik wir gehen schnell durch was ist neu ist wieder zurück kuschelbeauftragte zurück dann tomatenkorb wieder da schon wieder da und schnee patrulli wieder da selbst ich kenne den skin noch also dann ihr seht hier spray ranger spray man merkt das ist früh gerade vor zehn minuten aufgestanden der späherranger ist wieder da das ist für alle jetzt die möglichkeit die heute zum beispiel ihren skin erspielen wollen einfach bei twitch vorbeigucken einfach nur ein solo versus du gewinnen und schon kannst du den skin abholen also gern mal in der video beschreibung nachgucken twitch ist da verlinkt gerne follow da lassen und einfach heute abend mal probieren so dass der skin den ihr heute euch erspielen könnt für 800 v bucks sonst hat mir keinen mehr so was gibt es sonst noch groß zu sagen paket ist immer noch da also ich dachte ja eigentlich dass das dann aus ist nach der anzahl an stunden aber anscheinend aktualisiert sich das sind meine ich sage was shop und so betrifft bin ich halt wirklich raus also seid ihr deutlich auf einem besseren stand als ich schon sagen gehen wir gerade einmal durch den kenne ich auch noch erst mal grusel an denen der es mir damals geschenkt hat so knochenlust bei ihm sieht es natürlich wie nice aus so dann schmelzendes gold siehst du das kenne ich zum beispiel glaube ich gar nicht dann wie gesagt schnee patrouille wieder da schlopter wieder da auch schon 100 jahre wenn man so selber gucken was sich schon kennen uns nicht ja die skins wisst ihr sie sind drei wir brauchen eigentlich schon die sorgen dann natürlich hier extra körperkäse arisen ist bekannt ist ja schon gefühlt drei millionen waren shop gewesen so was haben wir noch das kuschelbeauftragte 2.000 wie wachs naja dann romantik kuscheltarnung der kleider ist ein bisschen riesig also da hatte ich euch direkt ab der kleider ist einfach riesig dann die ruby wie gesagt immer noch wirklich feiert diesen skin irgendwie so was haben wir auch hier mit streifen okay streifen schlitzer und so dann kann ich sagen in rette die welt gibt es heute auch noch ganz entspannt ausnahmsweise mal wie bugs dann erstmal grüß an alle die gerade online sind an liquid es ist aber haben gerade dass sie alle wort noch wach sein oder wieder wach seid geistesgeil wer ist denn um fünf uhr schon in fortleid wo die gespielen tun jetzt mal ohne quatsch wer kommt denn auf die idee nachts um fünf dann noch zu spielen so würde ich sagen immer ganz schnell rüber in rette die welt heute gibt es schon eine nette wie bugs missionen gestern gab es ja auch schon wieder drei stück und dann würde ich sagen war es das eigentlich auch schon wieder und dann darf ich gleich ganz entspannt auf die arbeit von corona zeiten lässt grüßen so abfahrt ladezeiten ich weiß nicht in die ladezeiten jetzt nur am pc so hoch oder sind die insgesamt nicht in die ladezeiten aber was ihr natürlich wissen wollt ist wo ist sie über zur aufgabe ich weiß es selber noch nicht auf jeden fall level fünf also da kann glaube ich jeder die aufgabe machen wo versteckt er sich einfach datenbeschaffung ist überhaupt nicht schwer geht einfach rein holt euch die 25 w box ab ich werde es natürlich nachher noch machen und dann würde ich sagen war es auch schon wieder mit dem video gerne follow da folgen ja folgen da lassen bei twitch falls ihr den skin haben wollt ihr gerne noch ein like da lassen ihr vergesst sehr gerne wenn auch kein abonnent ist gerne da lassen und in dem sinne würde ich sagen euch viel spaß mit dem shop vergesst nicht creator code warte 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 wir müssen noch mal werbung machen mein eigener creator code steht nicht drin also wer support da lassen will yt unterstrich familyeck in dem sinne haut rein ciao